So, heute machen wir Zander und Wolfsbarsch mit Sprechel, ein bisschen Erdbeeren, Frühlingszwiebeln. Dazu gibt es einen weißen Burgunder von Milch aus Monsheim. Und das ist der Koch live. Das Rezept beginnt wie viele andere damit. Man nehme ein Glas Wein und schütte es in den Koch. Prost! Und das ist der Koch. Ja, wöre. Wunderbar.